Hi, ich bin der Marco vom Auto Asiva und heute zeige ich mir unseren wunderschönen Opel Cascada. Das Fahrzeug hat jetzt 15.000 Kilometer auf dem Tacho, ist gut drei Jahre alt und hat 136 PS, was zum Cruisen mit einem Cabrio optimal ist. Zur Ausstattung kann man folgendes sagen, er hat 20 Zoll Alufelgen, was richtig gut ausschaut auf dem Auto. Wir haben Xenon-Scheinwerfer, wir haben Parksensoren vorne und hinten inklusive Rückfahrkamera. Zur Innenausstattung sieht es wie folgt aus, wir haben beheizte und belüftete Ledersitze, dass es im Sommer und im Winter angenehm bleibt auf den Sitzen. Wir haben eine Lenkradheizung, Sitzheizung, Navigationssystem, also es fehlt einem an gar nichts. Habt ihr Lust, dann kommt es vorbei und dreht zur Runde Probe. Und was man noch dazu sagen muss, jetzt ist Herbstsaison, die Fahrzeuge, also sprich Cabrios, sind deutlich günstiger als im Frühjahr. Also kommt es vorbei und fahrt zur Runde Probe.